Musik Ich bin Dietmar Hödel, ich bin bei Berndorf Band Leiter der Serviceabteilung und bin weltweit für das Thema Service zuständig. Wir haben hier in Berndorf ein Know-how-Center und dieses Know-how stellen wir unseren Servicepartnern weltweit zur Verfügung, um unsere Kunden bestmöglichst zu betreuen. Die Anwendungsgebiete von Stahlbändern sind sehr breit gefächert. Wir liefern Stahlbänder in den verschiedensten Industrien und überall sind die Anforderungen andere. Wir haben ein flexibles weltweites Servicenetz, sind nahe am Kunden und haben somit kurze Reaktionszeiten. Musik Das Installieren von Bändern und die Reparatur ist eine sehr spezielle Aufgabe. Um diese Aufgaben auch bewältigen zu können, führen wir genau hier im Training Center entsprechende Ausbildungen durch, um Reparaturen an Stahlbändern zu erlernen. Musik Alle Servicegeräte bei Berndorf Band sind Eigenentwicklungen. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Servicegeräte für Stahlbänder in der holzverarbeitenden Industrie und allen anderen. Musik Wir bieten auch Servicegeräte für Stahlbänder in der holzverarbeitenden Industrie. Musik Wir bieten unseren Kunden Workshops und Seminare an, wo wir genau übermitteln, welche Probleme bei Stahlbändern im entsprechenden Anwendungsbereich entstehen können. Musik Und woher mögliche Ursachen kommen können. Trabelschlupen liegt mir und es gefällt mir, wenn wir in kurzer Zeit einem Kunden helfen können und ihn glücklich machen. Musik 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 Musik